Der Mittwoch startet im Nordosten sowie in den östlichen Mittelgebirgen mit nassem Regen oder Schnee. Aus Westen breiten sich kräftige Regenfälle aus, die bis zum Abend etwa eine Linie Hamburg-München erreichen. Dabei legt der Wind deutlich zu, örtlich sind auch Sturmböen möglich. Die Spitzenwerte reichen von knapp über 0 Grad im Nordosten bis zu 11 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag fällt anfangs im Nordosten Regen oder Schneeregen. Auch ansonsten halten sich dichte Wolken, aber nur zeitweise regnet es. Am schönsten sieht es im Süden aus, unmittelbar an den Alpen ziehen aber auch Schauer durch. Dabei erwärmt sich die Luft im Süden auf bis zu 10 Grad, Richtung Ostsee sind es nur 2 Grad. Über die Osterfeiertage sieht es eher wechselhaft aus. An Karfreitag könnte es vor allem im Südwesten etwas regnen, ansonsten wechseln sich bei bis zu 15 Grad Sonne und Wolken ab. Nur im Norden bleibt es noch kalt. Dort ist an Kar-Samstag sogar etwas Schnee möglich. Ostersonntag sieht es vor allem im Süden wechselhaft aus, ansonsten kommt der Osterhase nach jetzigem Stand trocken durch.